Die Ruinen der Burg Steinegg stehen auf einem Bergrücken bei Wittlikhofen, einem Stadtteil von Bonndorf im Schwarzwald. Erbaut wurde die Burg Mitte des 12. Jahrhunderts von den Herren von Steinegg. Diese standen in den Diensten der Herzöge von Zeringen. Um 1278 konnten die Steinegger die Burg finanziell nicht mehr halten und mussten sie verpfänden. Sie bewohnten diese jedoch weiterhin als Vögte. Nachdem die Herren der benachbarten Burg Roggenbach mehrfach Untertanen des Klosters St. Blasien überfallen hatten, belagerten im Jahr 1438 die Truppen des Abtes deren Burg. Bei dieser Auseinandersetzung wurde auch die Burg Steinegg beschädigt. Heinrich und Georg von Erzingen, an welche die Burg Steinegg damals verpfändet war, forderten daraufhin vom Klosterschadenersatz. Bereits 1482 scheint die Anlage nicht mehr völlig intakt gewesen zu sein, denn in einem Dokument aus dieser Zeit ist nur mehr von einem Burgstall die Rede. Um 1525 wird sie während des Bauernkrieges endgültig zerstört. Von der Burganlage sind noch der Bergfried mit seinem 9 Meter über dem Boden liegenden Hocheingang, Reste einer 6 Meter hohen Mauer sowie der 20 Meter tiefe Halsgraben erhalten. Im Jahr 1906 schuf man einen ebenerdigen Durchbruch in das Innere des Bergfrieds. Die Überraschung war groß, denn der Innenraum des vermeintlichen Kellers war mit sorgfältig gekletterten Steinquatern ausgekleidet. Über den Zweck des Raumes gibt es verschiedene Theorien. Manche halten ihn für eine Schatzkammer, andere deuten ihn als Archiv oder Verlies. Das war die Schatzkammer. Mehr zu einem neuen Überschranken, natürlich dazu in der Welt von der Verbindung zur Ver chinstelle hier credentials der Flucht nachhaltung steht. Und dass das die Nachhaltung steht und dann über denерь bedachtungs- mmm-M Stundenuries Vielen Dank.